Eine bestimmte Ziffer einer Zahl extrahieren Hin und wieder muss man in Excel eine bestimmte Ziffer einer Zahl extrahieren. Dazu eignet sich die Formel Teil. Wenn Sie zum Beispiel aus der Zahl 123.456.789 die erste Zahl extrahieren möchten, verwenden Sie folgende Formel. Ist gleich Teil A111 Möchten Sie die ersten beiden Ziffern extrahieren, so lautet die passende Formel Ist gleich Teil A112 beziehungsweise für die ersten drei Ziffern Ist gleich Teil A113 Für die Ziffern 4 bis 6 schreiben Sie Ist gleich Teil A143 und so fort. Die letzte Ziffer gibt immer die Anzahl der zu extrahierenden Zeichen an. Übrigens auch bei Wörtern funktioniert dies.